kommst du überhaupt nach? wir machen jetzt ein video ja jetzt fixen wir fertig naja wieder gestern hat er sich auch hingelegt war weg hast du wenig was drauf? ja ich mach ein video da können sie mal ein bisschen kannst du dann sagen das ist sein ihr freund hallo er merkt und du weißt das genau er kennt das na los lauf nochmal nicht so schnell aber oh hier guck den mal ein die Kira die kann auch ganz schön ich finde das richtig klasse oh hier guck die dann und der erwart richtig oh Kira du bist ein Gottesgeschenk ich lass die Fingerchen ich guck mal hier die sind fertig wenn du fertig bist lass uns die Handschuhe einstecken da wollte ich sie nicht heute können sie sie brauchen ja zwei Minuten da hat er sich wiederholt hast du gesehen wie der sich überschlagen hat wie ein Hase hinten hier hier das macht er bei meinem Schwiervater auch wenn der Kira ruft dann kommt der auch mit sehr schön ihr beiden Komm war ich wäre ja nicht tief hier da zwei 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 drei zwei zwei zwei